So Wut Ob du E-Mails und Handy kriegst Ja Wirst du keine Treppe kriegen? Meine E-Mail-Adresse hast du doch Ich glaub du hast nicht eins Oh, ich seh den Killer, ich beobachte den da hinten Hat der Falle aufgehoben Ist also der Fallensteller Ich hör doch, da ist doch schon einer am Bastel von euch Scheiß du die Killer Wieso habe ich ein zweites Perk an? Achso, da kann ich gleich ein Perk sein, dass der andere und der andere Streiber sind Der andere hat vielleicht mal Geld Hat ein anderer Spieler eins an, das für uns alle gilt, ne? Wirst du ja dann rum Und wenn du nicht links dann hier Ich habe gerade den Generator gemacht Der leuchtet Mein Handy hat geklingelt Das war wahrscheinlich deine E-Mail vom Signal her Ah, Markus, nicht ernsthaft jetzt Doch, doch Doch, doch Wo bist du denn? Ich seh das gar nicht Oh, der hat gehört, wie für eine Schranke Da hat mich nicht recht Oh, der hat den hier Und wer hat den da gedrückt Oh, der hat mich nicht recht Oh, der hat mich nicht recht Oh, der war mit einem Du bist ja am anderen Ende der Map, Junge Ah, ne, ich seh euch, ich seh euch, ich bin echt nicht dran. Das war ich. Das reicht hoffentlich, um ihn wegzulocken. Ne, ne. Was ist das, ein Vanguard, ey. Guck mal, der andere kommt zu dir, Markus. Siehst du den? Ja, da steht wieder vom Baum dann neben. Oh, der ist ja oder der Kempel. Lenkt ihn das ab? Ich bin runter. Ach, der kann sich selbst verarzen, alles klar. Der bleibt doch hier. Hat dich wieder. Boah, der andere hier war aber auch schon schwer im Arsch. Ups. Ja, wie kann ich mich wieder fort? Bist du fort? Ja, hier läuft mir der andere entgegen gerade. Acran ausweichen übrigens, damit man die nicht alarmiert, kann man, indem man dann schleicht. Ich seh den Killer da hinten. Boah, ja. Wir rennen mal darüber, wo der Generator fertig geworden ist. Renn mal darüber. Fein machst du das. Du bist ein Feiner. Ich seh's. Zack. So, einen noch. Ah, was haben wir denn hier? Let's take a look. Mal, jetzt hab ich auch drei Perks an. Was ist denn los hier? Tum, tum, tum. Ah, hat er denn. Er hat irgendein geiles Trot, hat er denn nicht gut oder sowas. Der rennt. Ach, die war schon auf, ne? Oh, ne. Der macht ja mal den Deckel hoch erst. Was ist da drin? Lampe? Nie im Leben. Da ist er. Hallo? Häng ihn mal da runter. Oh, der rennt ja auch noch in so'n Fall. Bestimmt, als er versucht dann abzuhängen, oder? Ja, ja, ja. Aber musst du mir jetzt eigentlich wohnen, dann kannst du den anderen hier unter den Schutz weg. Scheiße. Ich kann gar nicht, ich bin in der Falle gerannt. Scheiße, der ist direkt um die Ecke, ey. Ist der andere weg? Scheiße, die sind beide weg, ne? Oh, kacke. So eine scheiß Kacke, ey. Oh, dat war nicht so intelligent, ja. Das hab ich selber gemerkt. Dat war nicht so schlau. Ah, Penis. Oh, war der Haken doch näher, als ich dachte. Ist so geil, der Fallensteller schlau wird immer wie so'n besoffener rum, ja? Bist du grad in deine eigene Falle, Rand, du Döhles? Genau, ne? Du bist in Stein oder rumrennen, Mannes. Mann, ich hab keine Übersicht, das ist das Hauptproblem. Ja, eben, dat ist, dat ist scheiße. Ja, ich arbeite total, guck mal, der schwankt doch immer so. Das nervt, als Killer, nervt dat total, gell? Oh, Mann, ey, ich war so gut, ey. Ich hab drei Generatoren gemacht, drei Stück. Er hat hinten schon in den Schrank geguckt, kommt wieder an hier. Stellt denn noch einen Fall direkt vor der Füß? Oh, Mann, ey, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut. Ja, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut. Ach, Dreck. Ich bin ein Mix. Ich geh mir noch mal zu trinken, Eulen. Du hast auch nicht mehr lang. Ich habe mich doch noch von der Dings runtergezogen. Ich habe mich genau in dem Moment eingeschaltet. Das reicht nicht. Naja, ich geh in einem mal aufs Klo. Oh, ne? Ja. 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 Aaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, der Depp ist in den Schrank gegangen, das habe sogar ich gehört. Ich war dort. Du warst das? Irgendwie unten im Keller, ja. Ah, nee, das meine ich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier in den Keller geht, oder? Doch. In so einem kleinen Hütchen geht es in den Keller. Ja, ja, ich sehe es. Boah, wie lauter das ist, Markus. Der Killer ist hier unsichtbar vor dem Ausgang, ne? Der da ist. Bist du in der Kiste? Wie in der Kiste? Oben ist einer in der Kiste. Ne, 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 ich bin hier draußen, ich bin beim Ausgang, hier ist ein Generator. Genau. Hallo. Oh, da hat mein Spiel doch geruckelt jetzt. Oh, oh. Ja, der ist hinter mir, ja. Bist du dir sicher? Ja, vom Herzschlag her. Ja, ja, der ist hier bei mir. Ausgang auf, schön. Der macht sich gerade unsichtbar. Wo ist denn hier der andere Ausgang? Oh, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ne? Der Veronique kam gerade von hinten und hat mir auf die Schulter geschlagen. Wer? Veronique. Sack, gut gemacht. Ich bin am Ausgang, ich bin gerade am Aufmachen. Ich bin bei uns, weil der hat gerade am Aufmachen. Und er hat ihn getroffen. Bist du gescheuen? Komm, 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 komm. Yeeeey. Das ist ziemlich gemein. Das war so geil, ich habe direkt gesehen, wie der in eure Richtung zum Ausgang gerannt ist, oben in die Richtung. Und da habe ich direkt gedacht, komm, genau entgegengesetzt zu dem Ausgang rennen, weißt du? Super Hickehauen. Ich habe gerade einen halben Herz gefahren. Boah, yeah, besser der Runde. 12-1. So, Markus, dich melde ich mal hier wegen Belästigung und Kommunikationsabbruch oder so, ne? None. So, aber auch gerade. So, ich habe jetzt eine Atmosphäre von whatever. So, dass sie alle geraten sind.